Geländer brauchen wir noch, ein schönes Geländer. Ne, das ist ein hessischer Geländer, den nehme ich nicht. Zaun brauche ich noch. Wo ist ein Zaun? Warte mal. Zaun? Hm. Das würde ich gerne nehmen. Ne, halt, das war das falsche. Das hier. Ähm. Hier, geht das hier hoch. Machen wir das hier. Ja. Dann habe ich nämlich schon die richtige Grenzung gefunden. Sind das Toiletten oder was? Keine Ahnung. Wir nehmen es als Abmarkierung. Kann ich nämlich schön noch den Zaun bauen. Du, 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 du. Wenn mich nicht runterfällt. Vielleicht wird mir ja noch was schöneres. Wenn man hier so. So. Sieht doch richtig geil aus. Schön, oder? das ist doch richtig gut aus kann man so anbieten sieht doch gut aus mensch du dumme tue bäume brauchen wir nicht sind das zahlen gibt sie nicht einrichtungsgegenstände hier grünzeug feuerwehr ja gibt sie nicht noch hacken oder so ich brauche hacken ne gibt es keine ah hier das brauche ich da brauche stecken nämlich ich wollte es nicht so groß aber es passt jetzt hier irgendwo ja perfekt brauche ich nämlich die hecken hier da kann ich immer schöne hecken machen vielleicht machen wir das oben als hochbegrenzung machen wir hier dümmer das aber schwierig jetzt ist jetzt echt schwierig so 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 das ist echt schwierig zu platzieren so kann er ganz schlecht geworden oder in bau ist bau noch mal in der nächsten folge ich habe der speichert das sind alles klar perfekt erspaltet also und da kann man dann schön sich entspannen haus ich doch geil aus oder das ist doch schon richtig nie sneaker aus ich finde das haus ist schön vielleicht machen wir noch ein paar fenster rein beim nächsten mal ok leute dankeschön fürs zuschauen haut rein bis zur nächsten folge wollen wir bauen unser haus in fortnite erst ausbauen in fortnite und ja es ist soweit erst mal fertig der frohbau und ja bis dahin leute bis zur nächsten folge